Es ist auch schon alles eingestellt. Ja, nur mute mich und dann kannst du Ansage machen. Ich mach keine Ansage. Ich sag dann einfach Hallo und dann ist gut. Hallo erstmal. Oh Gott, gellig. Was denn? Das klang irgendwie ein bisschen... Das war beaufsichtigt. Ja gut, jetzt mach. Ja, doch schon. Wie, ist schon. Ist doch schon. Ach du... Nee. Doch. Ist schon alles eingestellt. Ist auch schon. Ist auch schon. Ja, können wir starten, ne? Warte, ich muss noch einen Link rein... verlinken. Zwinkersmiley teilen. Der gute alte Zwinkersmay. So, dann schicke ich hier noch einen Link rein. Link ist reingeschickt. Ja. So, jetzt können wir eigentlich starten. Glaube ich. Hallo Jonas, hallo Neon, hallo San Schnee. Hallo Mike. Mike ist da. Ich möchte Instagram nicht bewerten. Nein, danke. Möchte ich nicht. Zwolli, möchtest du Instagram bewerten? Äh, nö. Warum nicht? Nö. Like ist da nach dir. Okay, nachbeziehen. Ach Gott, ne. Ich dachte eigentlich, der wäre eben früh schlafen gegangen. Zweieinhalb Stunden haben wir Zeit. Dann müssen wir die, äh... Map fertig kriegen. Okay. Soll ich mich um, prima, oder bringst du dich um? Hallo Lukas. Bring dich mal um. Du bist das Streamer. Ich muss erst mal hochkommen. Ah, blöd. So. Äh, diese Taschendampe. Moment, ich mach mal eben Thronen lauter. Also wer, wer, wer macht jetzt? Ich oder du? Du oder ich? Ich. Ja, du bist das Streamer, nicht ich. Ach, und deswegen bring ich mich jetzt um. Ja. Ja. Warte mal. Ja doch. Ich möchte auch noch mal deinen lieben Chat begrüßen. Hallo an alle. Hallo. Ich bin der Neue. Du bist nicht neu. Es ist offen. Du bist doch voll frech. Kommt die Wand? Alleine kann man diese Map halt gar nicht spielen. Also Wand kommt. Bitte überprüft deine Netzwerkverbindung. Ähm. Kurz. Kleinen Moment. Geh durchs Wald. Ne, du. Ja, gehen wir beide durch. Hallo. Das ist mein Schatz. Da hat doch ne Wärmfläge. Ach, Moment mal. Das sieht man ja schon von hier drüben. Was denn? Das ist, wo man dann gleich hinkommt. Achso. Okay. Ja, das ist doch neu. Nein, Elektro-Wix. Kein Kino. Hallo, Tee. Hallo, Raph. Hallo. Hallo. Oh, nee. Nicht mal in größter Fällen. Hm. Wer ist eigentlich dafür, dass Geldi auch mal ne Facecam macht? Der muss unbedingt ne Facecam machen. Was? Ach, ich will's dir machen, ja? Hehehehe. Warte. Dann mach mal. Jetzt mach. Komm. Hallo, K33 Industrie. Ach, komm, mach du. Ich bin nicht gesprungen. Geil. Irgendwie ist es dunkler letztes Mal, oder? Das kommt dir nur so vor. Nee. Das ist dunkler. Aber warum ist er jetzt nicht gesprungen? Ich hab doch der Taste gedrückt. Ach, Swally. Hallo, Dani. Ah, es kommt mir echt dunkler vor. Ach, wir haben den. Und der geht trotzdem da. Ich bin in die Laser noch reingefallen. Jetzt auch da drüben, äh, Fallen. Ja, aber... Ich bin Linkshänder. Ich gehe nach links. Ja, aber das ist halt doch... Soll das so dunkel sein? Nicht. Vor allem, eigentlich wird das auch auf 1. Na, egal. Ach, das machst du, ne? Aber ich komm mal mit, damit man das sieht. Oh. Fast vergessen. Fast vergessen. So, Swally. Ah, mein Part. Ja. Na, springen. Gut gemacht. Und... Ja, so ist gut. Nein, vergiss nicht, springen. Oder draufbleiben. Eins von beiden. Sag mal. Sag mal. Ja, Leitern hier sind wunderbar. So, dann mach mal. Komm. Schneller. Los. Nein. Oh. Das sah toll aus. Irgendwie, ich will es gar nicht erst probieren. Das war ja die ersten Versuche sind auf seinem Kanal. Erst mal Werbung machen. Ich hab gemessert. Ja, fall doch nicht runter. Ah, ich mach jetzt nichts. Betet dich mal an. Ähm. Ich weiß eigentlich, ob ich das will. Ich rauche nicht. Rauchen ist nicht toll. Na, Swally? Ich rauche auch nicht. Du raus. Nein, ich rauche nicht. Du raus. Na, oh. Komm schon. Ernsthaft? Mach Facecam. Götter müssen sich auch mal zeigen. Hallo. Lass es mal nicht springen. Oh, jetzt hab ich dich hier ganz aus dem Konzept gebracht. Nein. Oh. Ja, gut. Toll. Deine Schuld. Ja, ich. Ich geh mal weg. Ich lenke dich bestimmt ab. Gleich. Da ist Nogga. Okay, ich schau noch einmal. Na, komm. Sprich. Na, komm. Hallo. White. Ach, komm schon, Mann. Was ist besser, Extinction oder Kino? Keine ist vom Wein. Saw 3 ist besser. Na, oh Gott. Ach, Leute, es ist spät. Es ist richtig spät. Ja, also. Wie kamst du dazu, zu streamen? Naja, ich komme auf die... Nein. Naja, da 3 ist gestreamt hat. Ey, komm schon, Mann. Hallo, der alte Opa. Oder soll ich einmal probieren? Nein. Okay. Das ist mein Part. Ja, gut, dann mach. Ja. Dann mach ich das mit dem Aufzug. Auch wenn ich das Teil da immer noch hasse. Gib mir immer noch Flashbacks von Saw 1? Saw 1. Nein. Oh, fast. Ich bin ausgesperrt. 2. 2. Dieser Schnee ist später vielleicht nochmal da. Kommt mir das Spiel so leise vor? Das ist grad so leise. Ach, komm schon, Mann. Hallo, Tal. Leute, das sieht... Das sieht echt... Man sieht das nicht mehr. Ja, trotzdem, aber... Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Ich weiß, deswegen... Machst du das auch. Pizza oder Döner? Warum oder? Pizza und Döner. Ja, also... Mit Döner-Pizza. Ja. Voll wie wir gestern noch gedacht haben, wir müssen hier irgendwie rein. War das gestern? War das gestern? Ja, doch, das war... Nee, war nicht gestern. War das gestern? Nein. Wann war das? Das war am Samstag. Wär gut. Hallo, Kronos. Na los, Wolli, jetzt mach doch mal. Yes. Und ich will natürlich mich nicht erschrecken. Du kannst, Alter, ruhig, komm. Das sagst du jetzt. Haha. Seht ihr es? Seht ihr es? Dieses Teil, ich hasse es. Ich hasse es. Hey, letztes Mal konnte ich hier noch durchschauen. Jetzt habe ich mal... Nee. Hm. Ich weiß noch mal nicht, was man da drücken soll. F oder V. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Hm. Muss nach unten, ne? Ja. Ja. Oh, mach ich dich hinsetzen. So. Ist es so schwer, tagsüber zu streamen? Ja, ist es. Nice, Wolli. Hm. Warum geht man den Tafen aber gerade nicht? Ich bin oben, du nicht. Ja, toll. Cool. Vor allem, wie wir das am Anfang halt gar nicht so bemerkt haben, ne? Hier, Darkness Also Illuminates. Und das dann? Aber der Typ mag doch Jumpin' Ones, oder? Jetzt muss ich das wieder aufkriegen. Hm. Ich glaub, man muss ja echt ne Granate hinwerfen. Messer F's, Wolli. Messer F! Okay, jetzt, jetzt, jetzt ging's. Ah, hier wieder. Ja, wie war das nochmal untenrum Jumpen, ne? Oh, der könnte nach oben rum. Weil dann... Ach nee, wir müssen ja nach unten. Äh. Ha. Mal gucken, wer sterben wird. Ich warte mal lieber. Okay. Ich lebe. Swolli, hab's hinbekommen. Warte, welche Seite müssen wir? Die hier, ne? Ja. Ach ja, da hast du ja gestern, äh, letztes Mal gemogelt. Hallo, Bernd. Immer diese Kinoliebhaber. Nein, nein! Weißt du, jetzt versuch ich auch deinen Mogeltrick. Hey. Mann, warum springt der denn nicht? Das ist doch... Oh, Gott. Da war ich... Da war ich... Bisschen... Fack. Ach, Swolli, du kriegst das hin, oder? Da, ganz am Rand. Und am Ende musst du springen. Wat? Danke. Kannst du ihn nochmal hochmachen dann gleich, wenn er unten ist? Ja. Drin? Ja. Hi. Jetzt? Äh. Wow. Aua. Das hat mir nicht wehgetan. Das hat mir aber weh. Ach so. Ist okay. So, diesmal nicht da runter. Nee. So, aber... Tucken. Genau. Äh, da musst du irgendwas aktivieren. Oder einfach sterben. What the fuck? Kannst du da wieder leben? Leben. What? Weiß es nicht. Kann man hier hoch? Nee, du musst ja eigentlich irgendwas aktivieren. Hab ich doch. Aber ich krieg dich ja nicht. Oh, fuck. Ich hab hier was abgeschossen. Was ist denn da? Weiß es nicht. So ein roter Kasten. Und wo ist der rote Kasten? Hier, wo ich liege. Da ist ein roter Kasten. Oh, ich sterbe. Aber ich konnte den da nicht holen. Hä, wo ist denn da ein roter Kasten? Sieht man den hier nicht? Ach, warte, da ist er doch, oder nicht? Wird man eigentlich mit der Zeit wiedergelebt? Ich glaub nicht. Aber vielleicht kommen wir gleich mal sonst. Alter, man sieht da ja gar nichts. Hallo, Danny ist doof. Ich mein hier. Na, da kann man nicht hoch. Ach, vorbei. Mach doch einfach Restart. Ja, das ist von vorne. Oh, Mann. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, wir müssen einfach zu zweit sein. Ey, ich weiß jetzt auch nicht, wie man da weiterkommt. Also da drin muss halt irgendwas sein, was man aktivieren kann. Naja, aber diesmal gehe ich nicht durchs Kreuz. Ne, da muss man ja rein. Ja, aber wie kommt man denn da sonst wieder raus? Weiß ich nicht. Oben wieder raus? Ich weiß es doch nicht. Ey, mittlerweile geht das von meinem ersten Mal hin. Was wären wir, wenn wir essen wären? Das ist doch voll frech. Was ist denn frech? Ja, diese Wand. Also ich weiß nicht, wie es da weitergeht, Wally. Nur irgendwie muss es ja da rüberkommen. Weil so kommt man da nicht hin. An der Seite kann man nicht hochspringen. Was? Warum sind die... Ich habe mich leider nicht geguckt gehabt, aber... Klingelig. Na, willst du wieder probieren? Hallo, sind Dark Shadows. Du musst einmal da drin F drücken und dann einmal da oben. So nicht. Fuck. Eigentlich habe ich auf die LED-Tasse gedrückt. Du musst ja ganz schnell hoch, Soll. Kannst du da nicht hoch? Vielleicht rückwärts? Er dreht sich gar nicht. So, ist gut. Willst du nochmal? Na ja. Dann mach mal. Ich springe zu weit links. Ah, du kriegst doch schon hin. Na ja, ich krieg doch den. Ey, ich habe Vertrauen in dich. Na ja. Ja ja. Ganz viel Vertrauen. Na komm schon. So, freu doch. Erstmal so. Na ja, vorhin. Hehehe. Nett. Huh. 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 Fuck. Aber ich habe es geschafft. Mit alles? Nee, ohne Tomaten. Wer will einen Döner mit Tomaten? Bäh. Also. Das Wolli will sowas bestimmt. Das ist doch voll widerlich. So, das Wolli. Dann mach mal wieder. Na ja, das kann man sich nur wieder um Stunden handeln. Um Stunden handeln. Hehehe. Wie geht es denn da weiter? Soll ich mal so frech sein und schummeln? Nein. Wäre es möglich, dass wenn man Swalls was spendet, dass er dir was abgibt? Weiß ich nicht. Ne. 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 Ich bin ja nicht im Stream, also von daher kannst du mir nicht spenden. Ne, doch. Ja, schon, aber... Auf einen alten Stream gehen und dann... Auf einen linken. Oh, beim ersten Mal. Beim ersten Mal. Ich mag das wieder. Ich hab hier... Ich mag generell keine... Ich mag generell keine Tomaten. Aber Ketchup. Ketchup ist gut. Ketchup ist Leben. Ach, Swalli, ich warte noch. Dann musst du nicht warten. Warum kann man hier denn nicht... Äußerst nett von dir. Sorry, weißt du, was toll wäre? Wenn man hier einfach durchgehen könnte. Ja, ne. Das wäre so toll. Also muss ich nicht extra runter. Ne, ich bin noch im Leben. Gefällt mir. Ach, Azul, mir geht's gut. Oh, man muss doch keine Granate werfen. Geht auch so auf. Ah, ich warte mal hier, falls du doch noch runterfällst. Ist das Scheißding gut? Ja, hast du doch gar nicht aufgemacht. Jetzt. Nicht runterfallen. Schau nicht nach unten. Hi, der will mir sein Geld in meinen Hintern stecken. Äh? 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 Okay, Tiger-Amazon. Äh, Gruß zurück. Oh, fuck. So. Da du das ja auch besser hinkriegst. Hey, Fun. Oh, komm. Äh, komm schon, Mann. Ah, doch. Ey, du scheatest doch. Ey, ich hab doch auch fast gescheatet. Ach, komm schon. Du kriegst das in zwei. Oh, komm schon. Oh, komm. Oh, komm. Komm. Bin drin. Warte, warte. Jetzt hast du das eben aufgemacht. Ich hab gegengemessert. Warte, ich hab ne Idee. Nee. Moment, Purple ist... Achso, das hatten wir schon. Ja, warte mal. So, was steht da? Ne, dass Lila wehtut. Hast du dir grad was gekauft? Warte, wir müssen... Ich werde nie auf YouTube gehen. Ähm, okay. Was müssen wir spolen? Hier ist das Ding. Moment, warte. Ich schau ganz kurz in dem Video. Nein. Warum nicht? Wie habt ihr denn? Geil. Der kam gestern raus. Uh. Ich mein... Wenn wir da jetzt weitergehen, kommen wir ja nicht weiter. Also, wir... Wir können ja gar nicht weiter. So. Also, was machen? Irgendwas muss ja hier drinnen sein. Heiho, Martin. Hä, wo bist du hin? Hä? Wieder hier. Beim Fahrstuhl. Achso. Oh Gott, ich dachte grad so. So. Ich dachte, du wärst jetzt irgendwie durchgekommen. Haha, schön wär's. Ja, ne? Nee, weißt du was? Ich schau ganz kurz. Warum tagt... Ja, in keinem Kino. Warum zeigt der Typ den Jumpscare? Ich will den Jumpscare nicht sehen. Ich möchte doch nur das eine wissen. Weil da hab ich echt... No idea. Hier. Moment. Bei dem ist der Kanister leer. Was für Mücken? Bei mir sind keine Mücken. Moment, also... Der geht da rein? Okay. Ja gut. Mehr schau ich nicht. Okay. Aber warte mal. Der hat auch eine Granate hier rüber geworfen. Ich höffte mal eine Granate rüber. Vielleicht ist es genau das, was man machen muss. Ich möchte mir noch mal neue kaufen. Oder war das da drin? Moment, Wolli. Ich probier mal aus. Vielleicht werde ich jetzt sterben. Nein, mach das nicht. Aber wir müssen das machen. Sonst kommen wir nicht weiter. Und ich komm dann auch raus. Und ich komm dann auch raus. Versprochen. Ich... Ich mach mal nicht wieder nach. Okay. Soll ich... Wir sehen uns auf der anderen Seite. Moment, ich kann raus, Robben. Du hast irgendwas bezahlt. Wow. Ist es bei mir... What? Scheiße. Ist hier offen? Hier ist nicht offen. Ich hab's doch bezahlt. Doch. Du krabbelst raus. Nee. Hier ist doch... Achso. 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 Doch. Ich komm raus. Okay. Jetzt weiß ich... Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich rüberkommen soll. Weil da ist jetzt zu. Wie da ist jetzt zu? Ja. Da ist zu. Oh toll. Ich seh's jetzt auch. Ja toll. Fuck. Wie... Wie soll ich dich holen? Also musst du vorher dann hier rüber? Echt jetzt? Okay. 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 Hättest du auch durchgekonnt. Fuck. Mitspringen. Nein. Kein Kino. Ey. Die gehören so auf Kino. Okay. Mal. Okay. Gut. Jetzt wissen wir das auch. Wir kommen weiter. Wie schnell muss... Boah. Geil. Geschlossen. Hmm. Same. Same, 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 same. Aber wie schnell muss man da denn bitte schön drücken? Ich weiß es nicht. Kein Caps Lock. Kein... Caps Lock. Oh man, ich fand's machen. Mach dich leise. Zwei, du bist laut. Ah. Warum? Ähm, nein. Stop it. Stop it. Aber irgendwie, BO3 mag die Map wohl nicht. Oh, das ist der WeStart Backen. Button nicht Backen. Kann eigentlich gar nicht. Aber bei der anderen Custom Map war es ja auch. Ach, BO3. Oh Gott, bless you. So, Zwei, hast du schon geladen? Ja. Ja. Gut. Hallo, Leon spielt. Was spielt denn der Leon? Leon spielt Moin. So, also, ich glaub, ja, es lädt. Okay, gut. Kann starten, kann starten, zwei. Ich geht rein. Hm. Für neue Gesichter. Was wollt ihr? Wir kriegen die Map hin. Ah, was? Wir kriegen die hin. Vielleicht nicht heute, aber wir kriegen die da hin. Sag mal so, wir kommen heute auf jeden Fall weiter als das letzte Mal. Ja. Also, wir sind ja schon weitergekommen. Ich mein, wir waren jetzt auch mal beide da drüben und nicht nur ich. Ich muss BO3 auf PS3 zocken. Ja, mein Beileid. Hab ich auch gespielt. Boah, weißt du was, Electrics? Du gehst mir so langsam echt auf den Piss. Ey, jetzt bist du erst mal hier. Timeout. Alter. Gibt's doch gar nicht mehr. Smoli, kommst du schon? Weil die Wand kommt schon. Ach ja, warte. Nee, ich bin von hier. Ich kann nicht mehr warten. So, es ist offen. Boah, ich wäre fast runtergelaufen. Ja, wie ich. Letztes Mal. Hm. Ja. Guck mal, da kommt die Wand. Da kommt die Wand. Diesmal lieg ich hier drüben, hallo. Du. Du merkst wie ich aus mit deinen Augen. Du hast keine Augen. Oh, du. Ja, ich seh wunderschön aus, ja. Meinst du? Baby. Komm, kannst du machen. What? Diesmal willst du nicht? Nee. Fuck. Aber ich bin gesprungen. Ich krieg das hin. Erstmal geliked. Oh, das ist doch der Wahnsinn. Das ist eine, äh... Saw 3 Map. Die dritte Map vom, äh... Custom Map Hersteller. Und... Ja, das ist nach, nach dem, nach den Saw Filmen interpretiert. Ja. Also. Die erste und zweite Map haben wir schon gespielt. Haben wir die erste überhaupt, äh, haben wir die zweite überhaupt geschafft? Nicht. Was waren die zweite nochmal? Oh, hallo, John McClane. Ja, da musst du am Anfang diese, äh, Granaten werfen, damit du alle Perks hast. Gibt's das ja auch? Perks? Ich, ne. Weil das gab's in Teil 1, Teil 2. Ah, nee, der hat nur noch schon. So, und du willst das wieder hin, ne? Maybe? Eigentlich war ich voll der Jump'n'Run-Game-Spitzialist, ey. Boah, ich, ne. Also, ich hab's bei Mario gespielt. Da ging es auch einigermaßen, ja, aber... Puh. Das war nicht toll. Es ist voll, die wirst ja immer schneller. Hallo, Mädchen. Ah, die Leute sehen den Ramske ja gar nicht. Das ist das erste Mal, Alter. Aber bestimmt kommen noch mehrere Ramske ja gar nicht. Natürlich. Ich zeig dir mal einen. Ich hab mich selbst ein bisschen befreit. Ja, man weiß, dass es zwar kommt, aber man weiß nie, wann das kommt. Das ist das. Rauf. Bist offen? Ja, ist offen. Ach, zwei. Ich will auch lang. Nein, 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 nein. Lebe. Boah. Lebst du? Ja, ich lebe. Du lebst. Immer der erste Versuch, ne? Ja, weil sonst muss ich ja gar nicht erst versuchen, hier rüberzukommen. Ja, das krieg ich schon relativ gut in hier. Gefällt mir. So, dann komm mal da hoch. Noch immer noch offen? Nee. Huch. Huch, ich hab mich so erschrocken. Ja, ich hab mich erwartet. Jetzt nicht fehlen, Smoldy. Huch, ich hab mich gut gemacht. Oh Gott. Nein, oh Gott. Kannst du hier runter robben? Ich versuch's. Weil ich kann ja nicht hochkommen. Ich glaub, du hängst da fest, oder? Nee, doch nicht. Nein. Komm, 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 komm. Z-T euch noch? Weiß ich nicht, komm. 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 Du hast noch mehr als die Hälfte, komm. Ich komm. Du hast noch die Hälfte. Muss ja nur. Du musst mich ja nur irgendwie zu fassen kriegen. Genau, das ist es. Komm schon. Jetzt. Nee, du musst noch ein bisschen. Warte, jetzt. Nein. Das Wort abgebrochen, weil ich war ja am springen. Er muss wieder neu starten. Oh, geil. Ist ja nicht so, ne. Ich glaube, gell, die ist Beser. Hä? Ich bin kein Beser. Nee, nicht jeden COD-Teil und Add-on. Nee. Nee, nee, nee. Ich hab zum Beispiel kein MW3. Nee. 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 Erste COD auch nicht und, 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 äh, mein erstes war MW1. Alter, Elektriz, was, was ist denn los? Komm, bring dich um. Du musst gegen den Monitor schießen, so Olli. Neu, ich auch. Du hast aber gemüttert. Ich seh dich jetzt sterben. Du bist toll. Hallo. Äh, Mori? Mori. Mori. Das sind zwei R, weiß ich doch nicht. Reicht jetzt auch mal mit Kino. Frech. Pff, kann ich mitnehmen. Aber danke, dass du trotzdem den Stream unterstützt mit deinen... Moinsen, NZ. Da legt er sich extra hin. Rüff. Rüff. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, Moin. 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 Join. Pff, fuck. Hello Darkness. Äh, du hättest eigentlich in jede Richtung gehen können, aber nicht in die. Sonst. Kein Respekt mehr, ja. Oh. Du warst noch nicht nah genug dran. Ach, das war die. Ist es überhaupt offen? Ja. Ich mach. Meins, mein Tier. Hallo, ne, ah ne, hatte ich vorhin. So. Das sieht so merkwürdig an, dieses Messern. Oh Gott, ich wär da fast reingelassen. So, dann hol mal den Hacker, du. Ich hol den Cheater jetzt. Nee, ein Cheater ist kein Hacker. Kino verboten. Oh, da hat er zurückgezogen, aber ich hab schon durchgelesen. Was hat er denn geschrieben? Ich hab's vergessen. Oh, ich find's gut, dass hier ein Taschenlaken vorhanden ist. So, ich zeig den Leuten jetzt auch mal, was hier dahinter ist. Hm. Wer seh's mal hier? Aber warte mal, ich möchte mal eben was probieren. Passiert da irgendwas? Hm, ich bin auf PC. Ja. Auf Konsolen. Es geht. Kein. Kassel Zombies. Jupp. Ach, jetzt soll ich das aufmachen? Ach, machst du. Und sonst, äh, die kommen später. Oh, ich bin, ich bin fast runtergefallen. Boah. Kein Scheiß. Ja, Svolli. Mach hier jetzt nicht wieder so einen Scheiß. Was? Von, wofür braucht man denn Zombies? Also... Hallo? Ich weiß immer noch nicht, wie das aussprechen soll. Svolli? Was? Was denn? Wie soll man das aussprechen? Harub uns. Nein! Nein! Äh, du denkst hier wär kein Mod. Aber da ist ein Mod. Aber der schreibt nicht. Weil ich hier gerade mit Jump and Run beschäftigt bin. Ja, geht noch los. Wir gucken auch auf den Chat. So ist nicht. Ach, geh rein. Ich bin drin. So, duck dich. Nee, leg mich lieber hin. Mhm. Also wenn man noch eine PS3, äh, äh, hat, ja, da, äh, weiß nicht. Ja. Aber diesmal war weniger. Ach so, man muss da schnell hin. Weil eben war noch weniger drin. Jetzt füllt es sich erst. Okay. Jetzt hab ich's verstanden. Oh, komm schon, Alter. Wie soll man das jetzt machen? Irgendwie kommt man dann wieder zurück. Dann muss man hier durch. Boah, ich will irgendwie nicht. Aber ich muss. He. Kann man jetzt an den Rand? Ja. Ach, das ist ja dann. Boah. Jetzt ist wieder ein Bärchen. So, was haben wir hier? Ich habe irgendwie Angst, dass hier... Ach so, Pistolen. Okay. Was ist das mit dir für ein Klo? Was zur Hölle? Ihr macht dieser Wischmop einmal hier. Ja, irgendwie. Warum steht mit im Weg so ein Wischämmer? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mich mal. Bist du da durch? Warte, ich geh mal durch. Oder du gehst? Ich geh durch. Boah, das... Das sieht nicht gut aus. Ja, wo willst du denn sonst lang? Da ist kein anderer Weg. Hallo, Leiche. Ich habe irgendwie voll Angst, hier durch zu gehen, weil... Ja, hier könnten überfallen sein, ey. Guck dir die Puppe an. Guck dir die Puppe an. Guck dir die Puppe an. Oh mein Gott. Was ist das hier? Ich habe was bezahlt. Warte mal, war das hier drüben auch schon da? War das eben schon hier? Weiß nicht. Hallo, ich bin willkommen. Hallo. Schaut, dass es hier nicht so zwischendurch einen Check-Up gibt, ey. So einen Check-Point. Hm, das wäre toll. Nein. Ich gebe dir die Möglichkeit, die ich noch nie hatte. Um die Tür öffnen, musst du den Ball in den Baskett setzen. Lass die Spiele beginnen. Hallo. Ich bin willkommen. Ich bin willkommen. Guck dir die Möglichkeit, die ich noch nie hatte. Die Ball. Toll. Granate? Oder gibt es hier noch einen Ball irgendwie? Ah nein, da in den Korb, mein. Granate, siehste? Wo ist noch ein Korb? Da oben. Ach, da ist ein Korb? Ich dachte, die hat hier die Mülltonne, weil die halt... Wie soll man da denn durchkommen? Ähm. Ein Fahrrad? Ich glaube, du kannst kein Fahrrad nehmen. Ich möchte aber ein Fahrrad nehmen. Ich möchte da nicht durch. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich auch nicht. Was ist denn hier hinter? Oh. Das kommt mir bekannt vor. Aha. Wie kommen wir jetzt weiter? Ich meine, da kriegen wir ja Schaden. Moment. Moment. Nochmal? Was war daneben? Ich gehe da mal durch, ja. Ne, warte, 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 warte. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe Angst. Du kannst zurückkommen. Oh. Ist da irgendwie, ist da irgendwie was? Da ist noch eine Kreissäge, Alter. Wie das eine Kreissäge? Ja, mit den Tränen, du kannst doch nicht ausweichen. Was? Wieso? Also, somit springen könntest du das irgendwie hinkriegen, ja. Kannst du hier noch weiter durch? Oh, das ist noch so. Oh Gott, nee. Du hast noch Leben. Ich glaube nicht mehr. Du hast noch Leben. Du hast nicht mehr so viel Leben. Okay, äh. Was, jetzt geht wieder zu? Gibt das zu? Aber warte noch mit neu starten, dann folgt mir das auch mal an. Warte mal, kann man das ganz leicht machen? Wie jetzt? Was? Ist, ist offen? Okay, also wo ist da eine Kreissäge? Ich sehe nichts. Mein Licht ist aus. Ich hätte vielleicht erstmal ein Licht anmachen sollen. Mhm. Weil, okay, okay, das kann man, das kann man schaffen. Und schon wieder geschlossen. Oh, was ist das denn? Okay, das ist der Restart-Button. Ist der Restart-Button. Oder die Map. Oder beides. Vor allem, wie die Anwendung läuft. Du, du musst, ja zum Knopf hin, draufdrücken, damit die andere Tür aufgeht und du musst auch erstmal wieder zurückkommen. Wie die Anwendung, die Anwendung läuft doch gar nicht. Ach. Da ist nirgendwo COD. Es startet nicht. Das ist kaputt gemacht, Zwoi. Hotz. Wer möchte denn Hotz spielen? Nö. Wie nö. Wie ich jetzt den, äh, äh... den hier. Oder wahrscheinlich hast du da restartet, wo halt das Spiel schon ins Menü wollte. Kann ja sein, dass es dann halt so... Dann brauch ich einfach nur Copy-Paste machen, dann ist gut. Was willst du denn Copy-Pasten machen? Äh, in die Konsole gleich eingeben, falls wir es wieder schaffen. Fast restart. Soll ich jetzt n... Warum spiel ich offline? Soll ich jetzt den restart-Button nochmal aktivieren, oder nicht? Oder doch? Nö, 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 nö. Okay. Okay. Kein Bock, jetzt mal Black Ops neu zu starten. Korrekt. Okay, jetzt wissen wir... Jetzt wissen wir das auch schonmal. Das ist doch auch schonmal. Warum könnt ihr nicht nach-join? Ähm, geht das nicht? Jetzt. Aber Moment, du hast da... Ich hab... das nicht. Ich muss das immer noch downloaden. Ich geh da fix. Ja gut, da, ja. 16,8 KB. Das ist mein Mod. So, ja. Fertig? Nö. Irgendwie lädt grad nicht. Schleswig-Update läuft, aber lädt nix. Oh, jetzt lädt. Uh. Toll, jetzt hab ich... Ich hab hier eben Musik angemacht, weil empfohlen wird, dass man bei Wermap Musik anmacht. Ah, jetzt hab ich halt Musik an. Vom Spiel. Fertig? Nee, da... Ja, jetzt. Was? Haben eben noch 0,3 KB gefehlt. Höchste Rund? Äh... Weiß ich gar nicht. Zwei. Dein Name war nicht da, du hast wahrscheinlich noch geladen. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Ja, sag nicht, hier ist ein WoW-Spieler drin. Naja. Du spielst Neverwinter. Das ist aber kein World of Warcraft. Aber relativ gleich. Aber ist kein World of Warcraft. Au. Moment mal. Hier steht ja... Wie macht's activate? The power first. Öffnet man dann am Ende diese Tür und kann dann hier hin, wenn man Strom hat? Oder... Muss man dann den ganzen Weg irgendwie zurück? Hallo, Sammy. Äh, wahrscheinlich kommt dann... Netherwinter. Da heißt Neverwinter. Neverwinter. Hallo. Kannst du mich raufziehen? Nö. Nö. Ah, du... Du Frechdachs, du. Warum tust du das? Gleich bei der... Schleimspur. Wieder eine Schleimspur, ja? Lila Säure. Der wird die Kräger ein bisschen tricksen. Was willst du machen? Ich hab da was gesehen. Als ich durchgelaufen. Bestimmt irgendwas am Rand, oder? Vielleicht. Keine Ahnung. Sehen wir jetzt grad gleich. Ja, hier geht's dabei. Erst mal die Buff holen, bevor man revivet. Du hast ja genug Zeit. Da mach mal. Na toll. Mach mal. Und ich fall direkt runter. Ach, der hat so schöne Wangen. Ich kann nicht, wenn mir jemand guckt. Ich guck doch gar nicht zu. Oh, fass. Oh, ich drücke. auf die Leertaste, aber... Aber... Ich freue mich schon so auf Bio4, Mann. Wie ein Tray-Axion. Das ist auch Tray-Axion. Ja. Tray-Axion sind immer noch die Besten. Meiner Meinung. Da, fuck. Da, dann weiß ich zu langsam. Das ist juck. Yay. Ach. Guck mal, ich lebe noch. Oh. Kidzip. So. Ah. Ich frag mich, was kommt danach? Öffnet sich dann die Tür? Die wir halt eben gesehen haben? Ja, natürlich. Was sollte das denn sonst sein? Ich... Hat doch einen Haken, wenn wir da so... durch die Tür... wollen. Spielt ihr High-Born oder nur aus Fun? Nur aus Fun. Also ich zumindest. Beim... Ich weiß ja nicht. Ich schau hier grad beim Tutorial. Der Typ... Der ist absichtlich wieder runtergegangen. Und dann ist er da doch rüber? Hä? Hat er sich da irgendwie beim... Hey? Okay. Nein! Oh, willst du dich verarschen jetzt? Bei dem... Zweimal beim ersten Mal geklappt. Ja, jetzt nicht. Ach. Der hat das auch so gemacht wie ich eben. Hehe. Mit der Kanate. Wow. Warte mal. Wie hat er das allein geschafft? Der springt nicht mal. Der rutscht nur. Na ja, was. Na ja, was. Hä? Was zur Hölle? Ah, hast du. Ich frag mich, ob die Puppe irgendwie Schaden macht, wenn sie kommt. Ich weiß es nicht. Muss mal ausprobieren. Nee. Du musst ja irgendwie rüberkommen. Na vielleicht killt die dich ja nicht. F***. 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 Ach. Ich lebe noch. Ok. Ich, 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 ich. Ich hatte es zu einig gehabt. Ja, ich habe es gemerkt. Oh, ich auch. F***. 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 Ich kann hier nicht hoch! Das schubst mich dauernd runter! Wollen wir noch eine normale Map spielen? Nein, wir machen die Map! Bis wann konntest du? Halb zwei? Halb drei. Halb drei. Toll! Ach, jetzt bist du wieder unten. Der Blockier ist ein. Wie erwartet, ne? Es wird zwar schneller gehen. Nein, kein Kino. Ich glaube, ich verbiere das Wort Kino. Discord. Kommt über Cinema. Das heißt ja dann nicht Kino. Das ist ja dann nicht mehr die Map. Das ist Kino. Hup, hup. Der ist voll frech. Hallo, Eizelrup. Ne, der Elektris ist nicht gebannt. Noch nicht. Aber bald. Großer Saal der Untoten ist ja jetzt nicht unbedingt Kino. Da ist es schon... Ah. Man muss das halt immer wieder machen. Ja, da hab ich dich fast packiert. Hä? Jetzt ist es. Ich möchte es jetzt auch mal probieren. Das. Mir geht's gut. Dem Swally geht's nicht gut. Sniper Battle war unfair. Warum war der unfair? oh mein gott beim ersten mal kann ich nicht hier lang ich möchte das nicht ich möchte es nicht die macht schaden ich komm ich komm steht auch rum ich dachte ich wäre schon durch tja kannst du doch ob du ich oder ach gott man warum kann man hier nicht einige sachen einfach überspringen das ist halt voll dufte kann man doch bestimmt irgendwie machen doch er hat mich was wird gar nicht kommen können es wird weil ich dachte die Puppe werden schon durch aber auch hier die Kinder gut gut wir müssen uns mal ein bisschen konzentrieren jetzt hier ok gar nicht also die Puppe ist böse nicht berühren deswegen glaube ich immer weg ich bin ja auch weggelaufen ich schreibe 360 nur scope was macht swalli so ein scheiß mache ich für moment ganz witzig aber wenn ich schon sniper battle mache dann mache ich es richtig so jetzt kommt die wand wusch swalli ich will nicht von dem swalli wiederbelebt werden ich will nicht 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 machen wir beide macht du toll toll und hast du die drei von gespielt äh ja ein paar andere äh ein paar andere was ja welche Welle warst du denn 10 wow so weit bin ich noch nicht mal gekommen ich wusste noch nicht mal was ich noch machen sollte ich bin doch auch nicht ich war ja doch nicht da so nein kein kino warum kann man hier nicht irgendwie hast du schon 5000 mal gespielt ja einfach hier also ich sag's jetzt mal so derjenige der jetzt gleich noch mal kino schreibt der wird geteilt das gibt es langsam echt auf den Kekse und ist von bw2 die sehen noch geil aus na da muss ich sagenigos sieht sogar besser aus als die von treya kerk hat ihre standard zum leben hier wir haben sich von würde nicht ein bisschen geändert vielleicht das movement wie die sich bewegen vielleicht aber oder eislop geht morgen mit seiner freundin ins kino herzhaft sonst kommt ja auch einfach so runterlaufen red is dead das ist rot rot ist tot ja bald kommt auch wieder zurück im bio 4 da ist sie nur ein classify ich glaube die kriegen aber aber diese maps kriegen nur entweder die vorbesteller oder diejenigen die den bettel hast du ja black ops passen relations ist jetzt auch nicht wirklich schwer ich meine das ist ein wunderwaffen ein paar viele runde 200 das dauert halt nur schreibt er easy das schreibt er easy wahrscheinlich hat er ex benutzt ne über relations ist es easy natürlich ist es easy brauchst du ins kino zu gehen man braucht nur die richtigen waffen dann ist egal ja donnerkanone dann noch hier diese diese feld auf evil wunderwaffe keine Ahnung wie die heißt so afghaner im wieser als afghaner nein endlich endlich na wo ist die puppe wo ist sie lasst dich nicht treffen die bringt dich um bringt dich um mit einem berührungs berührung es war ich von hier ja dann wie es noch zu ist jetzt offen ja nein nein ich war doch drauf kein bock den ganzen weg zu haben so dann hoffe ich mal dass ich diesmal auch hier drauf bleiben nö cool danke spiel ich kann das nicht verwenden hat mich nur fast umgebracht ich weiß habe ich aufgemacht jetzt bin ich von der gefallen schaffst du das natürlich schaff ich das ich bin drüben bist du das ich bin fast zu weit gesprungen dann war ich wieder hier unten naja mach du da mal weil man das ja so leicht machen können mit der leiter aber nein wer kennt die nicht wenn man ein bisschen nicht so gut spielt dann kennt man die doch ein auch als würde n n n n n n n Hä? Svolli, wo bist du? Schon hier oben. Ich hab grad kurz was nachgeschaut. Wie jetzt? Ich hab grad kurz was nachgeschaut. Ich bin hier im Aufzug. Hi. Sag doch was. Oh, jetzt ist das ja schon voll gefüllt. Jetzt wollte ich fett sterben. Aber ich hab's gekauft. Dein Ernst? Ja, weil das hier schon voll ist. Das macht jede Menge Schaden. Uh. Ich schieß dir den Bären nicht an. Was ist denn los bei dir? Ich brauche auch gar nicht. Ey doch, den brauchen wir. Sonst wär der ja nicht da. Gehst du oder soll ich oder? Äh, ich mach. Okay, also du kannst dich da bei dem Teil hinstellen. Okay. Du schaffst das. W-wünsch mit Glück. Du schaffst das. Oh. Du brauchst zwar keine Granaten, aber du hast sie. Oh Gott. Oh Gott. Denk an Rutschen. Rutschen mich so sehr schnell. Oh. Oh. Alter. Äh, hat der grad? Okay. Aber wie komm ich wieder zurück? Ja, einfach. Einfach wieder zurück. Einfach wieder zurück. Oh. Oh Gott, ich bin Tiefrot. Oh Gott. Tiefrot? Ich bin Tiefrot. Oh Gott. So, Smoliken. Moment. Ich hab voll Dorst. Da müssen wir rein. Okay. Ich weiß was richtig krass wär. Wenn der so dreht. Oh Gott. Ha. Warte noch nicht, noch nicht, noch nicht. Na, jump. Oh oh. Hä, wer ist jetzt der da? Wo ist jetzt offen? Wo ist es offen? Ich weiß es nicht. Ich hab noch angeschossen. Wir sterben. Aber ich hab noch eigentlich angeschossen. Ah, hier. Hä? Was? Fuck. Ich hab noch eigentlich... Oder hätte ich die Messer müssen? Jetzt werden wir umgebracht, oder was? Oh ja. Fuck. Na toll. Ich glaub, man hätte gegen Messer müssen. Wir kriegen Luft zu wollen. Wir leben. Wir leben. Kannst du uns hoch teleportieren? Du hast dir doch deine Module an. Was? Okay, die ist irgendwie süß, wie ein kleines Kind. Ah, ist klar. Aber muss man hier echt Messer? Ich dachte, wir müssen gegen schießen. Aber nö. Aber sauf ich jetzt überhaupt. Hä? Wo bist du hin? Ich hab doch gesagt, du hast deine Hex an. What the fuck? Ich hab doch gesagt. Okay, ich bin wieder oben. Ja, ich nicht. Du hast deine Hex an. Warte. Gib mal in der Konsole Noclip ein. Ja, dann überleb mich nochmal wieder. Also ich hab jetzt keinen Bock, die ganze Scheiße nochmal zu machen. Ja, same. Warum geht das nicht? Muss ich noch irgendwas anderes machen? Du musst slash... Slash Noclip. Ach so, sag doch Slave. Das ist ja auch diese Mod. Okay. So, und jetzt nochmal. Konsole. Slash Noclip. Halt doch viel. Der geht. Zack. Dann kannst du auch, äh... Zum Beispiel... So, müssen wir jetzt Messern hier? Oko-Rammerie. Na. Ach so. Messern und F. Ah, hier. Ja, gut. Da dachte ich jetzt nicht nochmal Lust gehabt, das nochmal zu machen. Na, ich auch nicht. Können wir auch Gottmord anmachen. Vielleicht? Nö, also. Was steht da? Miss the end? Ist doch nicht das Ende. Was ist... Was ist passiert? Nö? Ich will nicht zurückfahren. Noclip. Das gefällt mir irgendwie nicht. Oder müssen wir da was machen? Müssen wir da was mitnehmen? Ich glaub's nicht. Ja, noclip. Also... Jetzt nochmal das Ganze. Also, komm schon. Ja, das war... Das war jetzt nur notgedrungen, ja. Ich komm hier nicht mehr weg. Oh mein Gott, das war eine schlechte Idee. Warum lebst du überhaupt? Ich hab mich irgendwie wegge... Ich bin hinter dir. Ich hab mich durchgebackt. Ich merk schon. Das hab ich eben gemacht. Aber ich glaub, das war falsch. Das war schon richtig, weil das war ja die eine Tür. Kommt das Teil zurück? Nein. Doch, es kommt zurück. Was, echt? Ja. Oh fuck. Lass mich hier. Oh nö. Komm schon. Nein. Pack dich nochmal durch, Swarly. Oh, ich versuch's. Nein. Oh, what? Was? Du hast doch Godmode an, oder? Ich hab keinen Godmode an. Ich weiß noch nicht mal, ob Godmode überhaupt funktioniert in der Konsole. Ich weiß nur, dass es noclip. Sag mal zurück. Was müssen wir jetzt machen? Kommt das nochmal zurück? Sieht nicht so aus. Ich mach grad Pause. Hat Urlaub. Ich geh wieder zurück. Tschüss. Au, 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 au. Das bringt einer auch um. Okay. Ey. Leute, ich hab... Moment, jetzt ist hier offen. Selbst Ben, ich hab eh keinen Bock, alles nochmal vom Freund zu machen. Das für eine Noclip, das war grad nur eine Möglichkeit. Wollen wir da lang? Ich hab da keinen Bock runterziehen. Ich glaub, wir müssen da lang. Oder? Oder ist jetzt hier drüben irgendwo was offen? Hier ist eine Tür offen, aber... Äh, sieht nicht so aus. Ach, komm, ich geh mal hin. Ja, also... Oh. Okay. Nur Ratschparty. Gibt's hier Gott? Demi Gott? Gott? Ich bin jetzt Gott. Ich bin jetzt Gott? Ich springe nicht runter, springe nicht runter. Alter, wir brauchen Key. Wir brauchen Key. Hier steht zwar... Hier steht zwar... Hold... F to use jigsaw key, aber... Irgendwie macht er nichts. Ich... Ich möchte... Ich möchte cheaten. Jetzt. Das ist ein Spiel spielen. Okay, jetzt bin ich Gott. Ich bin schon so ein Schieder. Oh mein Gott. Ähm, muss ich jetzt da unten lang? Wir brauchen ein Jigsaw's Key. Haben wir den nicht? Ja, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich geh hier nochmal durch. Aber da ist ja nix. Da geh ich wieder zurück. Oder warte mal, ich... Also was will der Typ denn? Da oben ist nichts, oder was? Und das halt nur diese Falle und das Teil da und das hier. Ach, warte ich jetzt eh Gottmode an. Ich probiere einfach mal. Also die Map ist ja jetzt nicht schlecht, ne? Aber wenn man halt dauernd stirbt, und dann nochmal alles komplett machen muss. Ja, ein Checkpoint wäre nicht schlecht gewesen, wenn man ihn so auf den Knopf drücken müsste, weißt du? Also eigentlich bin ich auch nicht so der Typ, der hier dauernd rumfeedet, aber das ist halt einfach einfacher. So, aber... Ich mach aber ohne Noclip. Also... Soll ich jetzt runterkommen? Ja, könntest du machen. Du siehst es ja dann. Oder... Jee. Wer hat denn Schlüssel geholt? Ich, ne? Das funktioniert nicht. Hm. Wahrscheinlich verbuggt. Oh! Ne, ist offen. Na toll, aber ich bin hier festgepackt. Ihr macht doch Noclip. Ne, möchte ich aber nicht. Ihr macht doch. Ich bin kein Hacker. Du bist verbuggt. Oh, toll. Und, was ist da? Hilfe? Ich will nicht, dass es ist. Was zur Hölle? Ähm. Die wollen, dass man da durchgeht? Kann man da überhaupt rüberspringen? Immer? Ja, wenn man springt, müsste es gehen. What the fuck? Ja, kriegt man hin. Ja? Ich mein, du lachst ja Gottmode an, ne? Ja, ja. Ja, siehste? Ja, aber ich kam ja trotzdem rüber. Fuck. Oh, nee. Ha. Aber ich hab grad... Was? Warum wird man hier respawnt? Keine Ahnung. Hä? Weil ich... Ich war grad eigentlich drüben. Und dann respawn. What the fuck? Na, längstens ist das hier ein respawn. Ja, immerhin. Aber irgendwie ist das mehr ein Durchgebagger als... Oh. Irgendwas. Was? Sorry. Chat? Sorry, Chat. Hä? Wie macht man das jetzt auf? Muss man hier irgendwas anschießen? Sorry, schalten wir von denen abknallen. Ich komm mal hier jetzt weiter. Hallo, na, Auge. Also, wie komm ich jetzt lang? Jetzt nicht. Du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Der Typ hat auch gemogelt, lol. Echt? Ja. Okay, aber bei so nem Guide ist Mogeln halt wahrscheinlich einfacher. Hallo, Voyager Karts. Ach, der Puscher, ne? Hallo, Puscher. Oh, jetzt sieht der Puscher wie ich hier... rummogle. Echt jetzt? Was? Das ist jetzt nicht deren Ernst. Wow. Geh mal zurück, Swally. Noch weiter. Okay, reich. Siehst du das hier oben? Ne, ich glaub, das muss man abmessern. Jetzt bin ich hier wieder. Toll. Ja, muss man echt messern. Dann kommt das Teil hier durch. Wow. Ich muss mal wieder mit Custom... Haben wir überhaupt mal Custom gespielt? Ne. Ach, komm. Wollen wir das doch da unten machen können mit diesem Respawn? Also, seien wir doch mal ehrlich. Warum denn hier... Warum denn hier... Oh, hier ist ein Fachschul. Kann man den verwenden? Ich weiß es ja nicht. Kann ich mal mit dir Black Ops 1 Zombies zocken? Das weiß ich nicht. Das muss das Wally wissen. Das war ein... Ähm, Fragezeichen, ne? Ach, du bist hier schon hoch? Ja, das war ein Fragezeichen. Hast du das gesehen? Ja. Hier wurde da. Hier wurde der Sterbe. Nee, ich glaub... Doch, wir haben mal. Wir haben mal. Okay, ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach, es war irgendwie so eine richtig kleine Map, die eigentlich nix hatte. Und ohne Swally. Was war das? Hast du irgendwas gemacht? Von da jetzt runter? Noch nicht. Jetzt. Boah, ich bin so ein Murkler. Moment mal. War das eben alles da? Oh Gott, du musst schnell machen. Du musst schnell machen. Zum Glück hab ich Gottmaut an. So ein dreister Hecker. Ja, also ganz, ganz ehrlich. Was soll man hier machen? Kann man denn da jetzt hoch? Äh. Wotepa? Also hier kommt man hin. Das war voll die Ortsmeldung. Alter. Das ist ja voll frech. Pass auf, da oben, da... Das ist im Weg, wenn du da springst. Also nicht am Rand springen. Der hat hier was an die Wand gepackt. Da springt man halt voll gegen. Ich meine, würde ich komplett reinfeaten, würde ich einfach... Oh, Klipp. Warum genau ist das jetzt weggegangen? Hä? Dass der nicht springen will. Jetzt. Ja, man muss auch mal vogeln. Als wären Zweudel und ich hier jetzt noch fünf Jahre dran. Aber wo muss man... Muss man jetzt echt drüber springen? Alter, wie soll man das denn machen? Warum... Das kriegt man von hinten. Oha, der alte Schieter. Äh, Zwolli kam auf die Idee. Guck in seine Augen, die sind nicht da. Ich glaub, man muss nach links springen. Ja, genau so. Oh, I did it. Oh, Zwolli. Zwolli. Muss man jetzt hinspringen? Ich weiß nicht. Muss... Na da... Du Schieter. Warum dreht sich das? Hat das ihm auch schon gut? Toll! Ja, aber... Warte mal, ich möchte das jetzt mal... probieren, als sei, wenn man nicht hingeht. Komm, okay, dann, dann ist es ja. Ähm... Er hätte das schon so machen können, dass man geduckt laufen kann. Zwei... Nee, dann hast du gleich springen. Äh, da ist ein Fall nach rechts. Ah, hier gibt's Strom! Echt jetzt? Ja, jetzt sind wir hier. Soll ich Strom anmachen? Englisch? No, no, it's a German, aber ähm... Ja. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach da. Okay. Soll ich Strom anmachen? Ja, mach. Nice, nice. Bestimmt, komm jetzt die Zombies. Eyy... I think here is... Oh, cool. Ja, soms. Ja. Du hast geschafft! Du hast geschafft! Ja. Vielleicht Päckepunch! Oh, Welle 1! die kiste sieht nicht aus aber das sound ist scheiße hier öffnet sich eine tür magisch da ist ein punch hinter hier ist irgendwie ein fragezeichen drauf möchte das kann man sich sehen sammeln ja moment da drüben auch ja hallo angel angel ist da was macht ihr denn hier drin ist nicht aus dem netz ist das erst weg keine ahnung oder so moment ist es nicht irgendwie john kramer boss oder war das woanders hier öffnet sich noch eine tür magisch da ist er wieder wer bist du der schaden es wollen die frauen dann wieder so weit weg ich weiß es nicht doch guck mal die hunde an was für hunde oh mein gott das war ja doch bestimmt irgendein sheet angemacht ich hab gar keinen sheet angemacht oh gott oh gott gerade ich sag das ich hab gottmord angemacht liegt im bett und kann nicht schlafen also ohne gottmord wäre ich jetzt verreckt mal mit schieds spielen ist eigentlich recht lustig hier gibt es noch richtigen okay die hunde sehen echt merkwürdig aus was gibt es hier noch doch gottmord ja ich hab gottmord moment survive 16 mounds zwar die müssen 16 runden überleben gut ich hab gottmord ich nicht ich ich lasse es jetzt an ich will die map jetzt schärfen die dreisten ecker hier mach ich jetzt einfach ich meine bei custom maps mal ne guck dir mal die schocksymbol an die sind nicht aus ich kann jetzt auch hier es muss ja noch irgendwas gefüllt werden weiß es nicht der raum ist jetzt irgendwie heller als erwartet das kann man hier nicht mehr lang haben sie einfach zugemacht ja natürlich gottmord was aber hier drin liegt hier im container da bist du hinter dir ach so hier nein ich mein den das ist doch hier der der eigentliche was soll denn hier drin liegen ja ich dachte jetzt da liegt irgendein besonderes drin und dann so leichen gibt es jetzt eigentlich noch ne kiste du hast sie ja weggemacht ja war eh dies war die idee also mhm ist klar ja du hattest mit noclip angefangen aber ich kann boah kacke wieder von vorne machen zu müssen ja hm 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 oh das ist der richtung was packst du noch immer nicht also was ist das für eine final war für alter der mp-40 aber blau alter sauber habe ich jetzt irgendwie so gar nicht erwartet Jetzt noch ne Shotgun, ja moin. Also ich glaub, jetzt könnte ich Godmode ausmachen. Aber nö. Achtung together, das ist doch ganz nett. Oh, was macht der Pusher eigentlich mittlerweile? Macht der irgendwas? Ich sag's mal so, punch nicht jede Waffe. So? Piu, 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 piu. Ich glaub, das hat's genug erklärt, oder? Man kann nur vier Pusher. So. Baretter. Die Elite geht jetzt schlafen. Gute Nacht. Und wann, 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 wann wird das denn aufgeklärt? Das wollte ich schon ganz... Walter. Durcheinander. Ach, Dr. Penguin ist toll. Wo bist du hin, Walter? Ach, da. Karten auspacken. Sieht man, dass ich fiete? Nein. Ich glaub nicht, oder? Aber ich weiß nicht, ich hole mir trotzdem mal Kücken weit. Aber man kann doch vier Pusher. Aber eben müssen auch. Was? Was? Voll angepeiligt. Wow. Wow. Alter. Die Shotgun! Es ist eine 14.2. Das ist automatisch. Ja, das ist purer Skill, was ich hier gerade mache. Aber hier ist ja so ein Teleporter. Kann man sich hier irgendwo gegen Teleportieren? Achso, cool. Man kann sich hier gerade Spurks holen. Zumindest eins. Na gut. Also ich cheat nicht. Ich auch nicht. Dann ist er gut. Ich weiß echt nicht, wie er darauf kommt. Moment, ich muss eben wen bannen. Das ist auch ganz nett, wenn man mal kurz wen bannt. Also ich glaube, ich spiele jetzt öfter mit solchen Sachen. Fresh Meat. Da, wo wir gespawnt sind. Einfach Fresh Meat. Wow. Boah, da kann ich mal was schöne kippern machen. Ach, hat er jetzt auch God-Mod an? Ja, warum denn nur du? Sieht man gar nicht. Leute, sieht man das Ketten? Nee, du hackst ja nicht. Du cheatest nur. Das ist ein Cheat, den wir dazu bekommen haben, weil wir die Map geschafft haben. Achso. Okay. Ja. Nee, aber... Ich mein, wir hätten jetzt paar mal neu starten müssen, ja. Aber am Ende hätten wir es dann halt eigentlich geschafft. Weil jetzt war ja nicht mehr so wirklich viel. Jetzt war ja nur noch Überleben. Und bei der Fläche hier geht das eigentlich recht gut. Aber irgendwann verlässt doch einen hier los, wenn wir jetzt mal neu starten müssen. Ja. Bitte was? Du bist grad irgendwie weit weg vom Mikrofon. Ich sag dir, irgendwann verlässt doch einen hier los, wenn wir die ganze Zeit nur, äh... Neu startet, ja. Na, wollen wir weiter hier? Wir können hier lang. Ich weiß nicht, was passiert, aber... Wir können da lang. Warum solltest du gebannt sein, Martin? Ich hab' der Wort gebannt. Was passiert jetzt, wenn man hier lang geht? Außer nix. Ja, irgendwie... Man kann hier rein. Und was ist hier? Hä? Hier ist irgendwie... Hier ist irgendwie... Hallo, Simon Lemma. Hallo, Otokarius. Plötzlich kommen neue Leute. Was wollt ihr? Ja? Was genau können wir hier jetzt machen? Weiß es nicht. Wahrscheinlich können wir damit irgendwie wegfahren. Irgendwie... was machen? Aber muss man vielleicht noch was machen? Und was genau haben wir mir jetzt die Teddys gebracht? Gibt's hier noch irgendwo nen Teddy? Was? Das ist weiter. Das ist weiter. Das ist weiter. Okay. Okay, okay. Du bist da falsch. So, ich merk's. 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Du bist schon wieder falsch, Swali. So, hier. Sammel mal die Nuke ein. Genau die. So, dann kommen wir hier hin. Ach, wir müssen einfach beide tun. Okay. Und wer hat sich da mal geopfert, hm? Trotzdem habe ich mehr Zombies als du. Ja, weil... Ja. Ja, da sind die Skills aus Arasul. Die wir pro gemeisterte Challenge gekriegt haben. Warum hat sich das Spiel jetzt geschlossen? Bei mir nicht. Wie bei dir nicht. Ja, was... Also du bleibst bis halb drei, ne? Ja. Machen wir da jetzt noch irgendwas? Äh... Fall bei sowas kriege ich plus 6 Abos. Was? Wut? Wurz nicht. Schmerzt nicht. Machen. Hups. Hups, hups, hups. Ich kann hier mal irgendein Bild reinmachen. So 2 Hex is incoming Ich weiß gar nicht, haben wir die Map gemacht? Von ja Bist du irgendwie weit weg von Mikro? Ich sag dir, ich meine von ja Da sind wir doch gar nicht weit gekommen Neverwinter Doppelpunkt Groß Oh ne, das dauert Zu lange Wir haben keine gleiche Mission Richtig Du suchtest ja Ja, ich hab ja schon meine erste Elementarwaffe Ich bin noch irgendwo Rang 50 plus Alter, du musst noch so viele Quests machen Ach Quatschkram, ich muss gar nichts Ja, komm rüber jetzt Wo soll ich denn rüberkommen? Ich muss jetzt mal das Spiel starten wieder Schließt sich ja einfach Ich weiß nur noch nicht warum Aber schießt sich einfach Also mit Cheats sind diese Maps echt einfach Das ist so leicht Black Squad Warum wollen wir uns den Black Squad anschauen? Black Squad ist kacke Ach, du hast jetzt der für mal gespielt, ne? Swally Ja So ne komische Steuerung hab ich ja in meinem Leben noch nie gesehen Aber vielleicht wurde ja mittlerweile verändert Ja, ich bin übrigens da, ne? So Achso Wenn ich mir so Swally anhöre Wird der bald Platz 1 lokal Hä? Assault 2 ohne? Na, dann müssen wir auch so oft neu starten Oh, dann müssen wir auch so lange Also, ich sag mal so Wir setzen nur Die Hex rein, wenn wir nicht weiterkommen Na, Gott, Gott, will ich so reinmachen Weil da sind ja Fallen Ach, das war das hier So, wie war das hier? Äh, irgendwie Granate da oben? Äh Äh Kanate oben Ja Nee, nee Ich will nicht ohne Obwohl sie noch mal, äh Hatte auch, äh, genau, hatte auch viele anderen gemacht Die wo war hier doch Strom? Ne, muss man zusammen machen Man könnte das irgendwie heller machen Ich würde das gerne heller haben Ich würde das gerne heller haben Es ist schon bei 1 Aber es ist ja scheinbar recht unklar Und hier gibt's keine Taschenlampe Keine Taschenlampe Irgendwo waren doch hier Die Die Parts oder nicht? Irgendwo waren hier dort die Parts Ja, hab ich schon eingesammelt So, dann bau mal Ne, 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 da fehlt doch noch ein Teil Das ist hier drin So, dann kommen wir da ran Gleich Bei der 4 Das, das weiß ich noch Was ist jetzt passiert? Geil, hat, äh, hat sie geschlossen Er ist bei dir Ach, zu viele Schieds Ach, zu viele Schieds G-Spawn, no free Entities Ach so Das gab's bei der Map doch Was denn? Ja, diesen Fehler Der kam da häufiger vor Wie ist das Map un-dead-true? Ich bin geschlossen Ich bin geschlossen Ich bin geschlossen Ich bin geschlossen Ich glaube ja Da Also ich schau zumindest zu Nein, nicht da Nicht da Nein, nicht da Was ist sonst? Das sind sonst Wolli Erstmal Goldmord eingehen Ach, hier oben Ja Moment, kann man hier auch Mh, nö, find man nicht Wird's mir jetzt nicht vorgeschlagen Ach, ich will nicht so viel schieden Ich kann's auf jeden Fall ammo und Waffen herbeischieden Oh, hast du einen Waffen-Code? So, ein Kaboom ist toll So, jetzt müsste das ja eigentlich runtergehen Eigentlich Eigentlich, ja Ja Eigentlich, jetzt Das ist super, da mit seiner Meute hinter Wie sind schon solche Fieder? Okay, warte Ach Gott, immer wenn man einen Strohmann macht Oh, sü Den Ost will ich auch mal besiegen Hm Wenn du Munition brauchst, gib einfach nur Gib ammo ein Kann man sich auf Kumpi gehen? Ich weiß nicht Fall der Vita warum geht das nicht wird der knaller alles klar und reichen? Also, sag' ich mal ehrlich, du. Du musst auch schon aufmachen, Smolny. Ach ja, bei der Kiste war ja so... Ne? Das war ja immer so schön. Aber kümmert mich jetzt nicht so. Trotzdem wie viel Teile einsammeln. Jep. So. Oh ja, es war ja hier. Ja. Ich war grad fragen, wo ich den Gorgon höre. Und hier. Ach. Ich muss auch so einsammeln und dann... ...hät man hier rüberspringen können. Also... So weit kamen wir auch ohne Feed. Okay, das ist neu. Für mich. Für mich nicht. Hm, ich glaub' war hier. Ja, war hier. Aber war doch nicht hier. War eins daneben. ...hier kamen wir glaube'n nie weit. Ach so, wir müssen... ...bestimmte Welle. Warum ist hier offen? Hey, was ist offen? Ach so. Haben wir schon da. Eigentlich hätt' man dagegen schießen müssen. Dann hätt' man hier irgendwie mitlaufen müssen. What the f... Dann hätt' man da rüberspringen müssen. Und dann war hier Schluss. Wobei, ne, ich glaub' hier waren wir auch einmal. Ne, ich nicht. Ja, ja, du nicht. Du nicht, Smiley. Ja gut, man kann doch einfach nicht springen. Hö? Sieht wunderschön aus hier. Smiley, komm mal hierher. Hallo Gaming with Mr. Kicken. Wow. Sieht wunderschön aus. Es, äh, äh, ist weg. So, kann man hier lang? Zwei. Wo müssen wir jetzt lang? Keine Ahnung. Featen und dann nicht mehr wissen, wo lang. Gell, die eine Frage. Nein, kein Kino. Ne, da waren wir doch eben zwei Lieder. So, muss da runter. Oh mein, ich glaub' hier war ich auch einmal. Zumindest kommt mir das hier bekannt vor. Ja, da, 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 da war ich einmal. In, weiß ich nicht, wie vielen versuchen. Und was kam dann? Keine Ahnung. Vielleicht hier? Ne, da braucht man den Jigsaw Key. Äh, wo musste man denn jetzt ran? Äh. Guck mal. Oh ne. Ja, ja, hier war der Hacker. Man holen musste. Was musste man denn jetzt machen? Also, da helfen einem die Vielzahl auch nicht weiter. Was kam denn jetzt noch mal? Oh, da hat sich hier irgendwo eine Tür geöffnet, dann. Hm, ich hab keine Ahnung mehr. Ich war auch nicht viel zu spät, Mann. Oh, da haben wir ja irgendwo einen Schlüssel vergessen. Hm. Ach so. Da werden wir wahrscheinlich verreckt. Ich hab den Weg gefunden, Sorgi. Ich komm. Ah, hier war ich auch schon einmal. Oder zweimal, vielleicht. Oh, Feuer schäu. Hier kann man sogar ein Schlüssel bauen. Das ist doch einziehen, du. Double points. Each. Äh. Äh. Ja, hier warten alle für ein paar Sekunden im Hügel. Ach so, das bewegt sich. Stimmt, ja. Da darf man eigentlich nicht in die Mitte. Hä, wo bist du, Mann? Äh. Da, wo wir eben lang gegangen sind, da gab es noch einen anderen Weg. Oh, da wurde der dichtgemacht. Ich glaub, der wurde dichtgemacht. Ach nee, hier. Genau da. Und da müsste man halt rüber. Tot. Nee, du musst halt rüber springen. Nur probleme ist halt, das bewegt sich. Und. Ja. Das ist halt hier rauf, dann bewegt sich das. Und. Aber wo muss man dann eigentlich hin? Moment mal. Musch. Musch. Das war ja vorbärst du. Oh, my. Jetzt aber. ich habe keine ahnung ja ich bin jetzt hier auf der platte wohin jetzt ich habe keine ahnung vielleicht mache ich böse böse sachen ok ich weiß nicht wo du hin musst was war überhaupt hier lang also eigentlich müsste man hier lang aber da ist ja nichts da kann es ja nirgendwo hin aber hier ist was hinter aber das ist nicht offen eigentlich ist man irgendwann hier um im miki geholt die kunden komponenten Leute an die Werbung machen was was war denn hier unten also ich weiß dass man hier dann musste da wird man hier hochgefahren und war da hat man sich den ganzen weg gespart ok ich weiß wo wir hin müssen ist das so mal her zu mir ich weiß wo du bist jetzt hier oben hin ja, ja, aber das ist... Das ist auch die Kiste, by the way. Ich hab gar keine Punkte dafür. Ah, hier war ich auch schon einmal! Ich glaub, die hatte ich's doch durchgespielt mit denen. Hallo, Sacko-Quacker. Hey, warum haben die mir meine Wagan weggenommen? Ach, ich glaub, das war damals auch schon, da haben die auch mal alles weggenommen. Stimmt, da war ja was. Wo hat einem alles weggenommen? Alles! Stimmt, ja. Und dann? Was macht man dann? Das muss doch irgendwie aufgehen. Das war ja auch. Das war ja nicht. Das war ja. Dimmst. Ja. Das war ja. Wirklich? Das war ja nicht. Das war ja. ich bin nicht der ich bin ein anderer ich habe die frage vermisst kappa irgendwie hat man das auf bekommen dann kommt man da durch und war hier da man kann so viel scheiße machen ja man hat das irgendwie aufgemacht Blabla Blabla da ist man hier verreckt ja vielleicht nur ein Jahr könnte es sein das war zu weit ich will das mal so probieren ah fast na gut kann man kann man schaffen dann ist ja Exit Schummeln Exit das ist irgendwie ein Fake Exit das ist nicht oder ist ja noch irgendwo ein Äffchen was man mitnehmen muss gibt es hier ja wie man hier mogeln kann da gibt es ein Äffchen ah ne ein Bärchen ach dann ging das hier irgendwie irgendwie machen wir echt eine Waygun mal ausprobieren ja okay hallo Ibrahim dann kommen wir ja durch Blabla Blabla dann mogelt man sich mal ganz frech da hoch das war jetzt da so haben wir das jetzt alles nee wir haben gemorkelt aber trotzdem 23 Minuten gebraucht So, ist gleich halb. Also war es das für dich? Für mich ja. Mach ich noch weiter? Mach ich noch irgendwas? Nicht. Ich weiß ja nicht. Wie, ich habe zwei noch fünf Minuten, aber das kann ich doch keiner antun. Geh mir noch einen leckeren Joghurt und dann geh ich mir im Bett. Joghurt. So eins, Vanilla? Nee. Nein, kein Kino. Hm, der Gart hat halt so auf Kino. Aber ich glaube, ich mache halt Schluss. Jo, ich auch sagen. Vielleicht nachher oder morgen nochmal ein paar... Donnerstag auf jeden Fall werde ich sweeten. Und was? Weiß nicht, vielleicht eine Custom-Map? Oh, da meinte auch jemand, wir sollen mal nach einer Horror-Map gucken für dich. Ja. Also, für den Streamen bei dir, so. Oder ich könnte auch mal COD-Ersten-Teil runterladen. Den ersten Teil? Den ersten Teil, den ganz, ganz ersten Teil. Den habe ich noch nie gespielt, den habe ich noch nie gesehen. Noch nie? Nee. Noch nie. So wie ein bisschen Kapanisch-Stream. Ja, gibt's überhaupt noch Horror-Map hier. Ich bin, ich bin Groß und 5, und ich bin nichtsüm. Aber so eine wirklich Horror-Map gibt's gar nicht. Doch, Gally wird gleich den Stream ausmachen. Jo. Dann auch sagt er es Wally. Ich gebe es ein Labyrinth. Erstmal anschauen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Hat bei dir Black Ops 2 auch ein Update? Zwei? Jo. Alka. Na gut, dann, 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 ich hau mal ab. Auch rein, Zwei. Warte mal. Der soll ja noch warten. Ach, dafür haben die jetzt 1,2 Gigabyte rausgehoben. Äh, für was denn? Äh, Stabilität, also, Generalstabilität, Improvement und Security Update. Ja, kann man machen. Für ein drei Jahre altes Game. Und ein neues DealC. Und ein neues DealC. Ein bisschen zu klein von der Gigabyte-Zahl. Aber alle sagen, dass morgen, ähm, ein Sommer-Event ist. Da gab es drei. So, was machen Sachen hier noch so heute? COD MV4? Oh, komm, jetzt ist ja raus. Ich glaube, der meinte COD4. Oder? Da steht MV4. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht will der auch das. Aber er weiß es nicht. Na gut. Tja, wenn man die alten Entwickler von, ne, von Infinity War jetzt rückholen muss, um ein gutes COD machen zu können, ja. Das muss schon was heißen. Oh, ich hab 540 Wiedergaben. Uh. Hui. Halt, die von Länge nicht mehr. Halt, die von Länge nicht. Erstmal fielen bei SAU32. Meinst du, vielleicht fielen? Muss um 8 aufstehen. Und zum Flughafen fahren. Ja, gönn dir. Ja, dann fieße. Ich muss um 10 erst arbeiten. Um 10, penne ich noch. Ja, das weiß ich. Ja. Oder vielleicht bin ich dann noch wach und geh grad pennen. Na gut, äh, 2Di, ich verabschiede mich bei dir. Ja, ich verabschiede mich bei dir. Ja, ich verabschiede mich bei dir. Ja, ich verabschiede mich bei dir. Oh, ja. Ähm, ja, ich verabschiede mich bei dir auch. Wir müssen mit Blizzard zusammenarbeiten, Leute. Mach doch Treyarch. Ich arbeite auch mit Blizzard und mit, äh, wie heißen die, äh, Binox. Der Binox. Okay. Binox sollte für euch ein Begriff sein, denn Binox ist auch, äh, für, WoW, Overwatch und so zuständig. Kenne ich nicht. Binox, aber. Nö, kenne ich nicht. So. Pistol, ich. Pistol. Muss man hier direkt hier entfernen, so. Oh, hat er wirklich gemacht. Und 2209 stimmt nicht. 2213. Klinger, ja, jetzt ist Ende. Also, gleich. Wenn Swally weg ist. Ja. Ich geh. Tschüss, guten Tag. Tschüss. So, geh ich halt weg. So, für euch noch. Einen schönen Morgen. Oder gute Nacht. Oder was auch immer. Jo, bis zum nächsten Mal, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob hier, bei mir, oder bei Swally, oder ob bei uns beiden. Keine Ahnung. Ja, von Swally kann man einiges lernen, also. Also, äh, äh, äh. Doktor Abmahnung. So, heute haben wir ihn leider, okay, leider nicht. Heute haben wir halt ein bisschen reingefiedert, ne? Aber sonst hätten wir jetzt so oft neu starten müssen, und, bach. Okay, Sword 2 war jetzt einfach nur so, weil er ist noch ein bisschen da, und. Was machen, ne? Na gut, dann. Burnt. Kein Kino. Kein Kino. Nein. So, ne, ne? Haut rein. Bis zum nächsten Mal, und tschüss. Tiddy. Ja, ein bisschen reingefiedert, ne? Aber nur ein bisschen. So ein ganz klein bisschen.